Der Narr liest Das Verderben, das über Sarnath kam Von H. P. Lovecraft Es befindet sich im Lande im Narr ein gewaltiger, stiller See, der von keinem Strom gespeist wird und dem kein Strom entfließt. Zehntausend Jahre ist es her, dass sich an seinem Ufer die mächtige Stadt Sarnath erhob, doch Sarnath steht nicht mehr. Es wird erzählt, dass in den unvordenklichen Zeiten, als die Welt jung war und ehe noch die Menschen Sarnaths in das Land Narr kamen, eine andere Stadt neben dem See stand, die graue Steinstadt Ip, die so alt war wie der See selbst und bevölkert von Wesen, deren Anblick nicht gut tat. Überaus eigenartig und hässlich waren diese Wesen, wie es wohl die meisten Geschöpfe einer noch unvollständigen und roh erschaffenen Welt sind. Es steht geschrieben auf den Ziegelzylindern von Gadateron, dass die Wesen von Ip von grüner Farbe waren, wie der See und die Nebel, die darüber aufsteigen, dass sie hervortretende Augen hatten, schmollende, schwammige Lippen und merkwürdige Ohren und dass sie ohne Stimme waren. Es steht überdies geschrieben, dass sie eines Nachts im Nebel vom Mond herabgekommen waren, sie und der gewaltige stille See und die graue Steinstadt Ip. Wie dem auch sei, es ist sicher, dass sie ein mehrgrünes Götzenbildnis aus Stein verehrten, das nach dem Bilde des Bogrug gefertigt war, der großen Wasserechse, und vor diesem tanzten sie auf scheußliche Weise, wenn der Mond sich wölbte. Und es steht geschrieben im Papyrus von Ilarek, dass sie eines Tages das Feuer entdeckten und danach zu vielen feierlichen Gelegenheiten Flammen entzündeten. Doch steht nicht viel über diese Wesen geschrieben, denn sie lebten in uralter Zeit, und der Mensch ist jung und weiß nur wenig von den uralten Lebewesen. Nach vielen Äonen kamen Menschen ins Land Bnar, ein dunkelhäutiges Volk von Schafhirten mit seinen wolligen Herden, das am windungsreichen Flusse Ai die Städte Tra, Ilarek und Kadateron erbaute, und gewisse Stämme, die härter gesotten waren als der Rest, zogen weiter bis zum Rand des Sees und erbauten Sarnath, an der Stelle, wo sie kostbare Metalle in der Erde fanden. Nicht weit von der grauen Stadt Ip legten die Wanderstämme den Grundstein von Sarnath, und über die Wesen von Ip staunten sie gewaltig. Doch in dieses Staunen mischte sich Hass, denn sie hielten es für ungeziemend, dass Wesen solcher Gestalt des Abends in der Welt der Menschen umherwandelten. Auch mochten sie nicht die sonderbaren Skulpturen auf den grauen Monolithen von Ip, denn weshalb diese Skulpturen so lange in der Welt blieben, sogar bis zur Ankunft des Menschen, vermag niemand zu sagen. Nur daß es im Land im Narr sehr still ist und es weit entfernt liegt von den meisten anderen Ländern, jenen in der Welt der Wachenden und jenen der Träumenden. Als die Menschen von Sarnath mehr von den Wesen von Ip zu sehen bekamen, wuchs ihr Hass, und er wurde nicht weniger, als sie entdeckten, daß die Wesen schwach waren gegenüber der Berührung von Steinen und Pfeilen, empfindlich wie Galert. Und so marschierten die jungen Krieger, die Steinwerfer, Speerträger und Bogenschützen eines Tages gegen Ip und erschlugen dort alle Einwohner. Dann stießen sie die eigenartigen Leichname mit Langsperren in den See, um sie nicht berühren zu müssen. Da sie die grauen, gemeißelten Monolithen von Ip nicht mochten, warfen sie auch diese in den See, wobei sie sich angesichts ihrer großen Mühe fragten, wie diese Steine je von weit her gebracht werden konnten, denn, so mußte es sein, da es derartiges Gestein im Lande Mnar und den angrenzenden Ländern nicht gibt. So blieb von der uralten Stadt Ip nichts übrig, außer jenem mehrgrünen Götzenbild aus Stein, das nach dem Bilde des Bogrug, der Wasserechse, gefertigt war. Dieses nahmen die jungen Krieger mit sich, als Sinnbild ihres Sieges über die alten Götter und Wesen von Ip und als Zeichen ihrer Führerschaft in Mnar. Doch in der Nacht, nachdem sie es im Tempel aufgestellt hatten, muß sich etwas Schreckliches zugetragen haben, denn unheimliche Lichter wurden über dem See gesichtet, und am Morgen sahen die Menschen, daß das Götzenbild verschwunden war und der hohe Priester Taran Isch tot dalag, als wäre er vor unaussprechlicher Angst gestorben. Ehe er starb, hatte Taran Isch in den Altar aus Chrysolid mit groben, zittrigen Strichen das Zeichen des Verderbens geritzt. Nach Taran Isch gab es viele hohe Priester in Sarnath, doch nie fand man das meergrüne Götzenbild aus Stein. Viele Jahrhunderte kamen und gingen, in denen Sarnath im Übermaß gedieh, so daß sich nur Priester und alte Weiber daran erinnerten, was Taran Isch in den Altar aus Chrysolid geritzt hatte. Zwischen Sarnath und der Stadt Ilnarek entstand eine Karawanenroute, und die kostbaren Metalle aus der Erde wurden gegen andere Metalle, seltene Tücher, Edelsteine, Bücher, Werkzeuge und alle Luxusgegenstände getauscht, die jenen Menschen bekannt sind, die am gewundenen Flusse Ai und jenseits davon leben. So wurde Sarnath mächtig und gelehrt und schön und entsandt siegreiche Heere, um die Nachbarstädte zu unterwerfen, und bald saßen auf dem Thron Sarnaths die Herrscher über das ganze Land Benar und viele angrenzende Länder. Das Wunder der Welt und der Stolz der Menschheit war das prächtige Sarnath. Aus poliertem und aus der Wüste herbeigeschafftem Marmor waren seine Mauern dreihundert Ellen in der Höhe und fünfundsiebzig in der Breite, so daß zwei Streitwagen auf der Mauerkrone aneinander vorbeifahren konnten. Ganze fünfhundert Stadien weit erstreckten sie sich und waren nur auf der zum See hingelegenen Seite offen, wo ein Staudamm aus grünem Stein die Wellen zurückhielt, die sonderbarerweise einmal jährlich zum Jahrestag der Zerstörung ibs anstiegen. In Sarnath verliefen fünfzig Straßen vom See zu den Karawanentoren und fünfzig weitere kreuzten sie. Mit Onyx waren sie gepflastert, mit Ausnahme jener, worauf die Pferde, Kamele und Elefanten trotteten. Diese waren mit Granit gepflastert. Und Tore gab es in Sarnath so viele wie landeinwärts führende Straßen, und jedes war aus Bronze und mit Figuren von Löwen und Elefanten flankiert, die aus einem Gestein gemeißelt waren, das die Menschen nicht mehr kennen. Die Häuser von Sarnath waren aus glasierten Ziegeln und Chalcedon, und jedes verfügte über einen ummauerten Garten und einen kristallklaren Teich. Mit sonderbarer Kunstfertigkeit waren sie errichtet worden, denn in keiner anderen Stadt gab es Häuser wie diese, und Reisende aus Tra und Ilnarek und Kaderon staunten über die glänzenden Kuppeln, von denen sie gekrönt wurden. Doch prächtiger noch waren die Paläste und Tempel und die Gärten, die Zokar, der alte König, hatte anlegen lassen. Es gab viele Paläste, deren Kleinster gewaltiger war als jeder Entrar, Ilanek oder Kaderon. So hoch waren sie, dass man im Inneren zuweilen glauben mochte, direkt unter dem Himmel zu sein. Doch wenn die ins Öl von Doth her getauchten Fackeln die Wände erhellten, sah man darauf riesenhafte Gemälde von Königen und Heeren von einer Pracht, die den Betrachter zugleich beseelte und betäubte. Zahlreich waren die Säulen der Paläste, alle aus getöntem Marmor und gemeißelt in Formen von alles übersteigender Schönheit. In den meisten der Paläste befanden sich Mosaikböden aus Beryl, Lapislazuli, Sardonyx, Carfunkel und anderen erlesenen Materialien, sodass der Betrachter glauben mochte, er wandle über Beete kostbarer Blumen, und ebenso gab es Brunnen, die duftendes Wasser in anmutigen Strahlen verspritzten, die mit raffinierter Kunstfertigkeit angeordnet waren. Doch alle Paläste wurden übertroffen von dem der Könige von nahe und der anliegenden Lande. Auf einem Paar goldener, kauernder Löwen ruhte der Thron, unzählige Stufen über dem Boden. Er war aus einem einzigen Stück Elfenbein gefertigt, obgleich kein Leben dazu sagen wüsste, woher ein so gewaltiges Stück kommen mag. In jenem Palast gab es zudem viele Galerien und Amphitheater, wo Löwen, Menschen und Elefanten zum Vergnügen der Könige miteinander kämpften. Manchmal wurden die Amphitheater mit Wasser geflutet, das in mächtigen Aquidukten aus dem See herangeführt wurde, und dann führte man erregende Seeschlachten oder Zweikämpfe zwischen Schwimmern und todbringenden Meereswesen auf. Hoch und wundersam waren die siebzehnturmgleichen Tempel von Sarnath, gefertigt aus strahlendem, vielfarbigem Stein, der anderswo nicht bekannt ist. Ganze tausend Ellen hoch erhob sich der Größte von ihnen, indem der Hohepriester in einer Pracht lebte, die jener der Könige kaum nachstand. Unten waren Hallen so gewaltig und prächtig wie jene der Paläste, dort scharrten sich Menschenmassen, um Zokalar, Tamasch und Lobon zu verehren, die Hauptgötter von Sarnath, deren von Weihrauch umhüllte Schreine den Thronen von Herrschern glichen. Nicht wie die Abbilder anderer Götter waren jene von Zokalar, Tamasch und Lobon, denn sie waren im Leben so ähnlich, dass man hätte schwören können, die anmutigen, bärtigen Gottheiten säßen leibhaftig auf den elfenbeinernen Thronen, und zahllose Stufen aus Zirkorn führten zum Turmgemach empor, von wo die Hohepriester am Tag über die Stadt, die Ebenen und den See blickten. Des Nachts sahen sie den rätselhaften Mond, die bedeutungsvollen Sterne und Planeten und ihre Spiegelbilder im See. Hier wurde der überaus geheime und uralte Ritus der Schmähung Bogruks, der Wasserechse, aufgeführt, und hier stand der Altar aus Chisolid, der die Verderbensinschrift des Taran Isch trug. Gleichermaßen wundervoll waren die Gärten von Zokar, dem alten König. In der Mitte von Sarnath lagen sie, nahmen eine große Fläche für sich in Anspruch und waren von einer hohen Mauer umgeben. Sie wurden gekrönt von einer mächtigen Kuppel aus Glas, durch die die Sonne, der Mond und die Planeten schienen, wenn der Himmel klar war, und von der strahlenden Bilder der Sonne, des Mondes, der Sterne und der Planeten herabhingen, wenn er sich bedeckte. Im Sommer wurden die Gärten mit frischen, duftenden Briesen gekühlt, die von geschickt bewegten Fächern erzeugt wurden und im Winter von verborgenen Feuern gewärmt, sodass in diesen Gärten immerfort Frühling war. Kleine Bäche rannen über funkelnde Kieselsteine und teilten grüne Wiesen und vielfarbige Gärten, und sie wurden von einer Vielzahl von Brücken überspannt. Groß war die Zahl der Wasserfälle in ihrem Lauf, und groß die Zahl der linienbedeckten Teiche, in die sie sich ergossen. Über die Bäche und Teiche glitten weiße Schwäne, während der Gesang seltener Vögel mit der Melodie der Gewässer harmonierte. In geordneten Terrassen erhoben sich die grünen Ufer, hier und da mit Lauben von Weinranken und süßen Blüten verziert und mit Sitzen und Bänken aus Marmor und Purpür. Und es gab dort viele kleine Schreine und Tempel, wo man rasten oder zu den kleinen Göttern beten konnte. Jedes Jahr wurde in Sarnath das Fest der Zerstörung von Ip gefeiert, und zu dieser Zeit gab es Wein, Gesang, Tanz und Lustbarkeit im Überfluss. Große Ehren wurden den Seelen jener erwiesen, die die sonderbaren uralten Wesen ausgelöscht hatten, und das Andenken jener Wesen und ihrer Götter wurde von Tänzern und Lautenspielern verhöhnt, die mit Rosen aus den Gärten zu Kars begrenzt waren. Und die Könige sahen hinaus auf den See und verfluchten die Gebeine der Toten, die darin lagen. Anfangs mochten die Hohepriester diese Festlichkeiten nicht, denn unter ihnen hatten sich merkwürdige Geschichten darüber verbreitet, wie das meeresgrüne Götzenbild verschwunden und Taran Isch vor Angst gestorben war und eine Warnung hinterlassen hatte. Sie sagten, dass sie von ihrem hohen Turm zuweilen Lichter unter dem Wasser des Sees sahen, doch da viele Jahre ohne jedes Unheil verstrichen, lachten und fluchten auch die Priester und nahmen Teil an den Orgien der Feiernden. Hatten sie denn nicht selbst auf ihrem hohen Turm oftmals den überaus alten und geheimen Ritus der Schmähung Bogrucks und der Wasserechse vollführt? Tausend Jahre des Reichtums und Wohlgefallens hielten Einzug in Sarnath, dem Wunder der Welt. Prachtvoll jenseits aller Beschreibung war die Tausendjahrfeier der Zerstörung von Ip. Seit einem Jahrzehnt schon sprach man davon im Lande nah, und als sie näher rückte, kamen nach Sarnath auf Pferden, Kamelen und Elefanten, Männer aus Tra, Ilanek und Kadatheron und allen Städten Nars und der Länder jenseits davon. Von den marmornen Mauern wurden in der festgelegten Nacht die Pavillons der Fürsten und die Zelte der Reisenden aufgeschlagen. In seiner Banketthalle ruhte Nargis Hai, der König, trunken vom uralten Wein aus den Gewölben des besiegten Pnot und umgeben von zechenden, edlen und diensteifrigen Sklaven. Es wurden beim Festmahl viele sonderbare Köstlichkeiten verzehrt, Pfauen von den entlegenen Hügeln von Implan, Kamelfersen aus der plassinischen Wüste, Nösse und Spezereien aus süderthranischen Hainen und Perlen aus dem wellenumspülten Tal, aufgelöst in Essig aus Tra. Soßen gab es in unbegrenzter Zahl, die von den raffiniertesten Köchen aus ganzem Narr zubereitet wurden und dem Gaumen jedes Festteilnehmers angepasst waren, doch von allen Speisen am meisten gepriesen wurden die großen Fische aus dem See, jeder von gewaltiger Größe und auf goldenen und mit Rubinen und Diamanten besetzten Platten serviert. Während der König und seine Edeln im Palast schmausten und die krönende Speise betrachteten, die sie auf goldenen Tabletts erwartete, feierte man auch andernorts. Im Turm des großen Tempels feierten die Priester Orgien und in Pavillons außerhalb der Mauern gaben die Fürsten der angrenzenden Länder sich Lustbarkeiten hin. Es war der hohe Priester Gnai K., der als erster die Schatten erblickte, die vom gewölbten Mond zum See hinabstiegen, und die verdammenswerten grünen Nebel, die vom See aufstiegen, um auf den Mond zu treffen, und die Türme und Kuppeln des Untergangs geweihten Sarnath in finsteren Dunst zu hüllen. Danach bemerkten jene im Turm und außerhalb der Mauern merkwürdige Lichter auf dem Wasser und sahen, dass der graue Fels Akurion, der sonst nahe der Wüste hoch aufragte, fast überschwemmt war. Rasch verbreitete sich eine unbestimmte Furcht, sodass die Fürsten von Innarek und des fernen Rohkohl ihre Zelte und Pavillons abbauen ließen und abreißten, obgleich sie kaum den Grund dafür wußten. Dann, kurz vor der Mitternachtsstunde, sprangen alle bronzenen Tore von Sarnath auf und ergossen eine rasende Schar, die die Ebenen schwärzte, sodass alle anwesenden Fürsten und Reisenden voller Angst flohen. Denn auf den Gesichtern dieser Schar stand ein aus unerträglichem Entsetzen geborener Wahnsinn geschrieben, und sie führten solch entsetzliche Worte im Mund, dass kein Zuhörer innehielt, um auf die Beweise zu warten. Männer, deren Augen wild vor Furcht waren, schrien laut auf bei dem Anblick, der sich in der Banketthalle des Königs bot, durch deren Fenster man nicht mehr die Gestalten von Narges Hai und seiner Edlen und Sklaven erkannte, sondern eine Horde unbeschreiblicher, grüner, stümmenloser Wesen mit hervortretenden Augen, schmollenden, schlaffen Lippen und merkwürdigen Ohren, Wesen, die schrecklich tanzten und in ihren Pfoten goldene, mit Rubinen und Diamanten besetzte Platten hielten, aus denen wilde Flammen schlugen, und als die Fürsten und Reisenden auf Pferden, Kamelen und Elefanten aus der verfluchten Stadt Sarnath flüchteten, blickten sie erneut auf den nebelgebärenden See und sahen, dass der graue Fels Akurion zur Gänze überschwemmt war. Durch das ganze Land Bnarr und alle angrenzenden Länder verbreiteten sich die Berichte derer, die aus Sarnath geflohen waren, und die Karawanen suchten jene verfluchte Stadt und ihre kostbaren Metalle nie mehr auf. Es dauerte lange, ehe Reisende sich dorthin begaben, und auch dann nur die tapferen und wagemutigen jungen Männer mit blondem Haar und blauen Augen, die den Menschen nahes nicht verwandt sind. Diese Männer begaben sich in der Tat zum See, um Sarnath zu sehen, doch obschon sie den gewaltigen stillen See fanden und den grauen Fels Akurion, der sich hoch über der Küste erhebt, erblickten sie nicht das Wunder der Welt und den Stolz der Menschheit. Wo der einst dreihundert Ellen hohe Mauern und noch höhere Türme aufragten, erstreckte sich nunmehr bloß die sumpfige Küste, und wo ehedem fünfzig Millionen Menschen gelebt hatten, kroch nun die abscheuliche Wasserechse umher, nicht einmal die Minen der kostbaren Erze waren geblieben, das Verderben war über Sarnath gekommen. Doch halb begraben in den Binsen entdeckte man ein sonderbares grünes Götzenbild, ein überaus altes Götzenbild, gefertigt nach dem Bilde Bogruks der großen Wasserechse. Jenes Götzenbild wurde schließlich in einem Schrein, im hohen Tempel Illanex, vom ganzen Landemnarr unter dem gewölbten Mond verehrt. Untertitelung des ZDF, 2020